Ein neuer Ausbruch. St. Louis, Missouri. Die Super-Serien 2006. Ihre Feinde, die gefährlichsten Killer. Ihre Waffe, die modernste Medizin. Was es auch ist, wir bekämpfen eine unglaublich aggressive Mutation. Etwas, das wir noch nie gesehen haben. Ihre Mission, die schlimmsten Katastrophen, verhindern. Klingt so, als würden wir in ein Kriegsgebiet sein. Das tun wir auch. Nur diesmal wissen wir nicht, wer der Gegner ist. Ein Team gegen Seuchen und Krankheiten. Nur das Unbekannte tötet. Medical Investigation. Gleich. ProSieben.